So, heute mal was ganz anderes hier auf dem Kanal. Ich möchte einmal zeigen, wie man das klassische Handyspiel Snake in reinem Bash, also reinem Shell-Skript, das sollte also mit leichten Modifikationen auch in anderen Shells gehen, ich benutze es selber zum Beispiel auch in ZSH, wie man also damit, ja, mit diesen einfachen Shell-Skripting-Mitteln dieses klassische Handyspiel, was jeder noch von früher vom Nokia-Handy kennt, nachbauen kann. Ja, ich benutze also dabei eigentlich nur Standardfunktionen, t-put benutze ich sehr gerne, um zu bestimmten Positionen auf dem Bildschirm zu springen oder auch um die Anzahl der Zeilen des Bildschirms und Spalten des Bildschirms auszulesen und hier sind noch ein paar if-Abfragen drin und Zufallsgeneratoren und Funktionen, die durfeinander zugreifen, erkläre ich gleich noch später im Detail und wir sehen, die Früchte, die man einfangen kann, das sind einzelne Emojis, die stehen also auf einer Variable und dann mit dem Doppelpunkt als Trenner holt sich dann Cut immer das entsprechende Zeichen raus, aber wie gesagt, erkläre ich später noch und das Ganze läuft am Ende in einer Loop, wo halt alle 0,2, also 0,2 Sekunden hat man Zeit, eine Taste zu drücken und dann läuft der ganze Kram hier unten ab, wo das Ganze abläuft. Aber wie gesagt, das zeige ich gleich alles noch. Jetzt erstmal kurz eine kurze Demo. Ich starte das Ganze mal und wir sind hier die Raute und wir sehen hier oben, Punkte sind noch bei 0 und jetzt laufe ich mal hier zu dem Stück Pizza hin und zack, wir sehen, die Punkte sind auf 10 hochgeschnellt und jetzt gehen wir hier runter. Ich muss die Tasten immer nur einmal antippen, das heißt, wenn ich jetzt einmal S drücke, dann läuft die so lange, bis ich die nächste Taste drücke. Da oben gibt es jetzt wieder Pommes. So, links hin und hoch. So, bisher ist keine Kollisionserkennung drin, das heißt, die Snake kann einfach durch sich selbst durchlaufen. Man kann sich ja vorstellen, dass das eine 3D-Schlange ist, die über sich selbst klettern kann. Zack, den Burger haben wir uns auch geholt. Und, ähm, ja, dann holt man sich das also Schritt für Schritt. Ich spiele das mal wieder zu hier. Genau, und jetzt erkläre ich erstmal grob, was ich gemacht habe. Erstmal ganz klar, das ist natürlich kein fertiges Spiel. Das ist einfach nur ein kleines Experiment, um zu schauen, wie weit kann ich mit sowas gehen. Ähm, ja, schauen wir uns erstmal ganz kurz unsere Helferfunktionen an, die wir hier oben haben. So, ich habe hier eine Point Store, die einfach immer nur an der Position 1, 1, den aktuellen Punktestand aus der Variable Points ausgibt. Ich denke, das ist selbsterklärend. Dann haben wir die Funktion PlayerDraw. Die guckt nach, was in PostX und PostY an Positionen steht und malt den Spieler, in dem Fall ist unser Spieler ja die Raute, an die entsprechende Position hin. So, dann haben wir hier zwei Helferfunktionen, die einfach zufällige Spalten und Zeilen als Zahl generieren. Also entsprechende Nummern. Mit T-Put kann man ja auslesen, wie viele Spalten und wie viele Zeilen das Terminal-Fenster gerade hat. Und in der Range von 1 bis Colts, 1 bis Lines, hier wird es eine Zahl generiert. Die kann man später zugreifen. Dann ist hier die FruitCheck-Funktion, die einfach mal prüft, ob gerade eine Kollision mit einer Frucht stattfindet. Da hatte ich hier noch eine Debug-Ausgabe drin, um mir die Variablen anzugucken. Die ist natürlich nicht mehr aktiv. So, und die prüft also ganz, ganz simpel, hart mit einer If-Abfrage, ob die Spieler-Position und die Frucht-Position übereinstimmen. Wenn ja, dann gibt es zehn Punkte. FruitFound wird auf eins gesetzt. Das ist wichtig für unsere FruitDraw-Funktion. Und FruitDraw malt dann eine neue Frucht. So, und die FruitDraw, die geht halt hin und malt an die Position von der Frucht, sofern eine bekannt ist, erstmal ein Leerzeichen. Dadurch wird die alte Frucht gelöscht. Das ist wichtig, sonst hätten wir ja zwei Früchte. So, und dann geht die hin und wenn FruitFound auf eins steht, sprich, wenn wir denn wissen, dass wir eine neue Frucht brauchen, dann geht sie hin und positioniert welche an der zufälligen Row und Column und setzt den Cursor dann da hin. Und hier wird jetzt aus dieser Fruits-Variable, die wir da unten hatten, mit den Emojis, hier die, ja, mittels Cut als Trenner haben wir hier den Doppelpunkt zwischen, dann einen Zufallswert zwischen eins und fünf rausgesucht in dem Fall. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, das ist ja blöd, das ist ja hartcodet, die Anzahl, was ist, wenn ich eine Frucht mehr haben will, ja, ist vollkommen richtig. Hätte ich noch einen Zähler einbauen können. Das hier ist ja erstmal nur ein allererster Test, also in der Produktiv-Version würde ich das natürlich nicht so machen. Joa, wenn das also alles geklärt ist, dann initialisieren wir alles, das heißt, wir holen uns für den Spieler eine zufällige Startposition. Setzen unsere Variablen einfach mal initialisiert hin, schadet ja nicht. Für den Anfang setzen wir FruitFound auf 1, damit die erste Frucht später gemalt wird. Hier haben wir also die Definition der Früchte und dann malen wir die erste Frucht. Ja, und dann läuft der ganze Spaß hier innerhalb dieser Wildschleife ab. Es wird also immer ein Read gemacht mit 0,2 Sekunden Timeout, sprich man hat 0,2 Sekunden Zeit, sein Zeichen einzugeben. Und dann wird halt geguckt, ist denn unser, wurde denn überhaupt was eingegeben, ist diese Input-Variable denn überhaupt ausgefüllt. Und nur wenn sie es nicht ist, dann wird dieser Input hier rechts überhaupt verarbeitet in der Variable Action. Variable Action ist ja dann letztendlich auch, wenn man mal überlegt, klar, die wird ja beibehalten bei jedem Schleifendurchlauf. Das heißt, wenn ich vorher einmal W gedrückt habe, beim nächsten Durchlauf der Schleife ist Action immer noch W. Und nur, wenn wir wirklich einen Input bekommen haben, wird Action dann auf diesen Input gesetzt. Ja, und hier ist dann die gesamte, in Anführungszeichen, Logik, was gemacht werden soll, bei welcher Action, bei W, ganz klar. Wenn wir, ähm, äh, Moment, bin ich jetzt blöd? Nein, doch, natürlich nicht. Wenn wir also beim ersten Zeichen sind, also wenn wir überhalb des ersten Zeichens sind, dann geht es eine Position nach links. Somit haben wir so eine Wall Detection, das heißt, ja, an der Wand ist Schluss, weiter geht es nicht. Das Ganze ist auch mit S, A und D und so weiter halt einfach das an den Ecken und nicht weiter geht, aber ansonsten jeweils Y und X jeweils um 1 verschoben werden, je nach Action. Ja, und bei jedem Durchlauf werden natürlich die Punkte neu gedroht, die Fruits neu gecheckt und der Player neu gedroht. Ja, das ist jetzt bisher alles. Den Quellcode stelle ich natürlich gerne online, vielleicht bastle ich noch weiter dran. Ähm, ja, ziemlich simpel, aber ich dachte, vielleicht ist für den einen oder anderen mal ganz interessant, das sieht man ja auch nicht alle Tage. Äh, ja, so weit, so gut. Das war alles, ich hoffe, das war interessant. Ja, das war alles, ich hoffe, das war es jetzt. Vielen Dank.